Willkommen, Alter! Oh, weia. Und ich erkennt mich keiner. Was trinken wir denn heute? Baltic Lager. Habe ich voll Bock drauf, Alter. Fein sind. Fein sind Baltic Lager von Störtebeckis. Das sind geil, Alter. Störtebecker Special Teil 5. Hast du eigentlich auch so einen geilen Anker auf dem Ober haben? Nein! Ich hab die Mutter auf dem Ober. Haha, wissen. Meine! Und ihr André. Von meiner Frau, die Mutter. Von André, die Mutter. Oh, jetzt mal. Schaum wegpusten hier. Seht aus wie der Uwe, ey. Müsste ich jetzt einraben. Schnell Spaß beiseite. Wir sind ja Bier-Families, genau. Wir haben Sixer geschenkt bekommen von unserer Oma. Und die guckt nämlich auch immer hier Testolios. Genau. Und jetzt testen wir als Störtebecker. Heute ist Baltic Lager dran. Genau. Dieses Baltic Lager ist ein naturbelassenes, untergäriges Lagerweb mit Stammwürze von 13,2%. Genusstemperatur bei 10 Grad. Der Alkohol beträgt 5,5%. Wiener und Karamellmalz lassen die helle Kupferfarbe, den ausgewogenen Malzkörper sowie den leichten Duft nach Biskuid und Marzipan entstehen. Oh. Kalte Gehrung sorgt für den fein eingebundenen Kohlensäurengehalt. Aber auch die Opfensorten Tradition und Cascade. Cascade? Cascade. Geben ein Lächel her und den Duft süßer Früchte. Oh. Oh. Tut dir aber weh? Ich find's schön. Und die Farbe ist auch super. Klar. Ich find die Farbe genial und den schon. Mhm. Groß Störte. Nicht lang schlafen Kopf und Nacken. Also für mich hat das ja keinen Geschmack. Fals hat das nicht. Keinen Geschmack? Das ist 3 oder 4 Punkte gekriegt das. Ja. Ja, für mich auch nicht. Ein Bier was gut aussieht, das muss nicht gut schmecken. Das ist wirklich so. Ja. Das ist ganz knapp Bronzer. Also ist man nicht Bronzer, aber ist jetzt Blech. Aber ist Blech und nur nicht Bronzer. Verstehst du? Solch ranzige Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe deinen Bedauern laut Kund und trinke ein Gebräuch edlerer Klasse. Ja gut. Ich freu mich auf jeden Fall auf den Pilz. Von Störtebäcker, da liegt mir sicher, dass das gut schmeckt. Und wenn das nicht gut schmeckt, dann bin ich echt enttäuscht. Beim nächsten Mal von Oma gesponsert. Letzter Teil. Letztes. Letztes Störte. Das Finale. Trotzdem, die müssen nach vorne. Pilsner. Bier. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.